Salvete und ein herzliches Willkommen von eurer Latein-Tutorin Franziska. Kennst du das? Du musst einen langen lateinischen Satz übersetzen und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Je länger du darauf schaust, desto verwirrender wird es und am Ende verstehst du nur noch Bahnhof. Was kann man tun, um so einen Satz in den Griff zu bekommen? Wie kann man dabei vorgehen? In diesem Video stelle ich dir drei Übersetzungsmethoden vor, die dir dabei helfen können. Die Konstruktionsmethode, die Pendelmethode und die Dreischrittmethode. Sie helfen dir, lateinische Sätze schneller zu erschließen und zu übersetzen. Um mit den Methoden gut arbeiten zu können, musst du schon ein paar Dinge wissen. Du solltest die wichtigsten Deklinationen und Konjugationen kennen und du solltest die Satz... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Don't come. Don't come. Don't come.